Servus liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um 1, 2, 3, 4, 5 Themen. Und zwar um eine schlechte Nachricht und zwei und drei. Ne, zwei. Ich würde sagen, ich fange gleich mal an. Und zwar, was ich euch noch sagen wollte, ihr seht mich heute zum ersten Mal. Das haben sich schon ganz viele gewünscht und der Niklas ist hinter der Kamera. Sag mal hallo. Hallo. Ja, also. Ich habe wieder Probleme mit dem Aufnahmeprogramm. Man hört mich wieder nicht. Und das habe ich ja von einem halben Jahr gehabt. Und jetzt habe ich es wieder. Und dann gehen wir gleich zum nächsten Thema. Ich würde mich, ich wollte mich bei euch bedanken für die 36 Abonnenten. Ist wirklich sehr cool. Und danke für eure Unterstützung. Okay, zwei Aufrufe in sechs Tagen. In einem Video nicht so der Hammer. Aber trotzdem, damit die mich so unterstützt. Wirklich sehr cool. So, das, äh, die Probleme mit dem Dauer, äh, Bauernhof, da arbeiten wir auch gerade dran. Mit dem, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Wenn wir noch nicht, ähm. Der Niklas hört man nicht. Doch hört man schon. Aber, so mit den Tonqualität und so. Oh, das ist halt nicht so gerade da. Da wollen wir euch jetzt hier nicht wehtun in den Ohren. Dann die Probleme mit dem Live-Gen. Da haben mich auch schon ein paar gefragt, Marvin, was los mit Live-Gen und so. Also, ähm, in den letzten Livestreams habt ihr vielleicht es gehört. Da ist der Ton auch gerade nicht so der Hammer. Ähm, deshalb gucke ich jetzt gerade auch nach einem neuen Headset oder nach einem neuen, ähm, Mikrofon. Damit ihr mich gescheit hört. Ich hab hier, ähm, das Headset, ist scharf. Das Headset mit dem nehm ich auf. Und das ist eigentlich, hier hab ich eigentlich bloß einen Schaumstoffdinger drauf gemacht. Wenn ich, wenn ich da rein pushe, damit das nicht so schlimm ist. Und mit dem nehm ich auf. Das kostet 40 Euro. Ähm, okay, ich hätte auch nichts, äh, besseres erwartet. Und, ja, jetzt lege ich das hier mal hin. Ich hab ehrlich gesagt auch nichts Besseres erwartet, aber trotzdem, man hört's. Trotzdem, also, wenn die Aufnahme geht und man mich hört, dann hört sich's trotzdem noch gut an. Und, ja. Also, ich hab auch gerade ein Projekt mit dem Kevin Zockt. Busverlater Multiplayer. Äh, er hat schon zwei Videos, sind's zwei? Hat schon zwei Videos hochgeladen. Da könnt ihr gerne mal bei ihm auch vorbeigucken. Ähm, ja, Kevin Zockt hier. Ich hab, ich verlinke euch, ich verlinke euch den unten auch noch in dem Video. Ähm, ja. Ist cool. Macht tolle Videos. Macht auch Spaß mit ihm aufzunehmen. Jetzt kann ich halt keine Videos aufnehmen, weil, ja, geht halt nicht. Jetzt nimmt er wahrscheinlich bloß die Videos auf. Könnt ihr's hier bei euch, äh, bei ihm angucken. Geht es. So, jetzt wechsel ich aber wieder zu meinem YouTube-Kanal. Hier hat das Video. Ähm, ja. Okay, das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann lasst halt sein. Und ich würde mich auch auf Kommentare freuen. Mir tut's wirklich leid, wenn mir jetzt nicht geht, damit ich hier gerade wieder die blöde Probleme hab. Ich weiß nicht, was da immer los ist. Ich versteh's echt nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich kümmere mich gerade drum. Ich arbeite wirklich daran. Mir macht's auch wirklich Spaß, Videos, äh, zu erstellen. Zu machen. Ich hoffe, äh, man sieht's auch. Wirklich, ähm. Ist halt so. Beim Niklas könnt ihr gerne auch mal vorbeigucken. Ich, gib's zu. Bei ihm ist halt die Qualität auch nicht so der Hammer. Er sagt's selber. Hat halt gerade nicht den besten PC. Ist halt so. Das war bei mir damals auch so. Könnt ihr mal meine ältesten Videos angucken. Obwohl, ne, die hab ich alle gelöscht. Ich bin mir gar nicht sicher. Die hab ich alle gelöscht. Ja, weil das war mir dann auch zu blöd. Das, das halt. Ja. Okay. Also. Man sieht sich in den Nextion Videos. Hoffentlich wieder Bus-Simulator. Nicht so ein Video. Ähm. Wo man mich dann hört. Ich hab ein Video aufgenommen. Das ging 35 Minuten. Dann hab ich mir das blöde Video angeguckt. Man hat mich nicht gehört. Und das ist halt dann wirklich ärgerlich. Wenn man 35 Minuten ein Video aufnehmen. Und man hört mich dann nicht. Und man hat dann richtig verkackt. Sag ich jetzt mal so. Gut. Okay. Das ist jetzt halt so. Dann beende ich jetzt wirklich das Video. Also man sieht sich. Tschüsskowski. Tschau. Tschau.